Ich wollte dich hier hinter dem Ramm bauen. Ich wollte dich hier extra viel Scheiße bauen. Ich wollte dich so richtig flüssig sein. Ich werde so gesagt ein bisschen die Fahrer hier denken. Also, es wird deine Freunde. Tschüss, Reggie! Das ist nicht so gut. Also, ich wollte dir nur die Leute, die Leute versuchen auch zu wollen. Tschüss! Jeeeee! So gut, du gehst! Das ist so richtig gescheitend. Tschüss! Klaas! Musik Achso! Halt, Halt, Halt! Schön in der Stuttisch drum, Alter! Geilges Witz, Mensch! Da ist wieder unser Appenfreund. Da kriegt auch mal die pure Ladung. Schön, super! Schön, super! Und wie ihr sagt, ich bedanke mich für den Abonnenten. Ich bin sehr aufmerksam und auch sehr freundlich. Ich weiß noch nicht, wenn das nicht dabei ist. Mein Name habe ich noch nicht aktualisiert. Nee, ich bin voll sofort. Also, ein dritte Abonnenten wahrscheinlich, ja. Also, auf meinem Kanal der Name erst geht nach der Zeit. Aber ich werde mich dabei sofort an diese Person abonnieren. Die zweite Person ebenfalls abonnieren, wenn ich den Namen dann eher... Aber bis jetzt fängt der PC immer noch an. Irgendwie wollte ich ja jetzt noch so mit Abonnenten abonnieren. Aber ich starte dann an der Nacht nicht so laut sein, deshalb... Aber ich werde mich jetzt noch nicht so laut sein, weil du dir hast. Das würde ich sehen jetzt so. Ab umziehen ist Nachtfuhr und dann würde er nachher auf die Polizei kommen und... ...würde mich wegen Ruhestörungen, so gesagt, ein Knäuschchen geben. Oh, Browser! Oh, Browser! So, jetzt muss ich aufhören. Oh, Browser! Oh, Browser! Browser hat die Kirsch-Rakete. Bäh! Mensch! Ey Mensch, Peach! Das war mein Fail! Fragezeichen! Ne, Fragezeichen! Blöde Tumpte, blöde Tassentumpte oder... ...wann doch sein soll! Die macht meinen Job noch! Oh, ich bin so angefressen! Bist du auch angefressen, Todd? Jaaa! Ich darf sie schauen! Nochmal! Ich weiss, jetzt schluss noch mal, aber wir sind ja noch mal. Oh, wir machen das! Oh, viel! Jaaa! Das ist ja sehr aufmerksam! Wann, 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 wann! Ich hab das auch mal raus, was da rein! Kann das auch mal rein! Nein, das hält sich nicht wie geäußert ist, wo die Warte rauskommt! Ey, ich hab dir gesagt, das ist halt hier! Das sind Förtungsdechnungen! Ich hab' nur gesagt, das ist ein Förtungsdechnik! Vielleicht muss der ja mal seinen grünen Staub oder so aufladen! Jaaa! Ich hab' auch mal, wo? Ja, 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 ich hab' auch mal, wo? Juuuuhhh! Juuuuhhh! Wir brauchen ein bisschen Frischchen, ey. Wir brauchen ein bisschen Frischchen, das! Man, es wirds mal ein bisschen schlägt! Und wir brauchen ein bisschen schlägt! Ja, man nicht so, aber wir brauchen viel über die Warte! Ich brauche das ein bisschen, wie man da war. Jaaa! Na, muss man muss da sein, was du denn? Nein, dass du das warst das? Yes, und wir brauchen jetzt noch, nicht zuvrück. Wie sieht das von da ist? Können Sie noch einen Koffer machen heute hier? Boah! Ich habe die Elbogenbürste! Hallo, wir sind drei! Dritter Platz! Schön! So, weiter geht's! Ja, und wie gesagt, zwei rum blöd spielen! Letzte Runde versuchen aufzunehmen! Oh Mario, du Kleiner! Na, ich bin mal nett! Ich warte ganz... Ich fache... Ich fache... Hier, diese Motherfucker... Au! Oh, Mario! Du Hitzkopf! Was für eine Abkühlung! Frist, du magst doch gut! Ich weiß nicht, dass du so eine Bananze hast, aber scheiß drauf! Na ja, ans hinten hängen kann der Geronich, sonst schau ich... Wirklich ein schönes Geräusch! Schöner Name! Noch mal schöner Name! Möchte auch gereißen! Hallo, was hast du so gestern gemacht? Was? Wir haben ja Must DLC spielt! H Кстати, so leicht ist jemand und so wenig Geld, oder? Oh Mann okay, jetzt kommesh... Das war mein Ding. Ich bin der Schwerkraft. Ich weiß nicht, ihr klein. Fass der Scheiß, wenn er das nicht legst! Ich kann das hier, warte mal. Oh, der frierste. Also die kleine Therapie. Es müsste ja alle kleine Tiny sein. Noob, Alter. Und direkt vorbei. Irgendein Too Many Items Spritzer hat er widersteht. Und er hat ja gesagt, Too Many Mushrooms. MMM. TMMM. Too Many Mario Kart Mushrooms. Und direkt vorbei. TMMM. Too Many Mario Kart Mario Kart Mushrooms. Ah, ich bin der Schwerkraft. Alter. Ich hatte ja nie. TMMM. 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 Also, TMM. TMMM. Tessart. TMMM. Schönen Tag! Aber hier muss man aufpassen. Was geht das für uns? Du brauchst ein bisschen Blutabnehmen. Du kannst das, Daniel. Ich brauche vorher ein bisschen mehr auswitschen mit Ausrutschen. Was? Genau, du willst das hier, ey. Oh, Pisch, Mensch. Du bist irgendwie ein Brot nicht voll, ey. Hältst du den Pflänz mal einen Pflänz mal einen Garten, verdammt? Das ist mein Lieblingsname. Du möchtest auch so heiß sein, ey. Haben wir heute noch Fälle in den Saal? Geht euch, das habe ich schon öfters erwähnt. Ja, das ist mein Lieblingsname. Das ist mein Lieblingsname. Das ist mein Lieblingsname. Wenn ich auf Herder schluchzen und werde einfach mal hier rüber schwischen. Oh! Ich will die Haube jetzt hier kommen. Ich glaube, ich will die Haube jetzt hier kommen. Das muss ich wieder aufholen. Das muss ich wieder aufholen. Dann krieg ich nachher wieder die Hunde. Dann krieg ich nachher wieder aufholen. Was war das immer? Ich will die Haube jetzt nicht mehr aufholen. Oh, zwei Sachen, denn das ist das schon kompliziert mit der Haube jetzt. Na, meine Kleinen, alles in Ordnung? Das ist ein übriges Mario. Das habe ich richtig gut gemacht. Warte mal, das... Entweder will ich wieder, will wieder selbst, wenn ich die Woche hände. Und wenn ich Angst habe, dass das weitergehen wird, dass das weitergehen wird, weil ich sterbe. Und wenn ich so gesetze, ich bin so pinky, so weil... Das ist so blöd. Das ist mal... Warum ist das Ding angepinkelt? Hat kein Bock mit dem Blumen zu hören, aber da wusste ich, das Ding holst du mal leider durch. Wie schau sie fressen. 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 Weil das ist richtig. Wie schau... Wisst ihr warum, Leute? Ich hab nen Fitlando-Karton-Schacht den riffensaify angelegt. ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ihn ich habe wahrscheinlich schon abgenutzte augen ganz genau jetzt kommt die restaurante mausas kassel jetzt drücken wir voll ab alter ausrutsch party oh tschau 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 na wo ich alle bin jetzt seid ihr bereit jetzt seid ihr alle gewillt ha 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 oh 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 Ach man, oh feige Arsch, Leute. Ah ja, was für heiße. So, in alle gefängst. Oh, und die Nummer 1, Mann. Aber wenn ich jetzt verlieren sollte, werde ich nur eine Runde, wo ich vor das spielen hätte. Also so gesagt, die erste. Dann ist das mit der Zeit nachher nicht mehr so. Weil sie weit weg entfernt. Arschbalterei genau. Dann können wir noch mal einen Würrsteinland haben. Oh, Würrsteinland. Oh, guck mal, woher krieg ich dich noch? Weh mal, lass dich loschen. So ein Englisch da. Kann man die Acker und von Englisch denken? Ja, so ein Englisch, aber... Ja, wie das geht. Ich hoffe, Mario Kart. Mario Kart. Oh, too many Marios. And too many Mario Keptens. Ich liebe es. Uh, too many Mario Keptens. Too many Mario Keptens. Mario Keptens. Wasch du uns? Ja, ich bin mal hier voll ein Motel. Ich weiß. Ja, und jetzt werde ich für die erste Mute sein. Und das muss ich mich jetzt bald wieder anstrengen. Ist ja eine Folge, eine Lore. Richtig, wahr? Ja? Ja? Also ja, jetzt muss ich mich ja richtig saftig in der ersten Runde. Na, da ist das zu weisel, zum weisel. Es ist noch keine Pele, sei da. Jetzt ist irgendwie diese Mistfilze, verdammt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh nein! Was ist der Stress? Oh geil, ey! Der war cool! Ich hätte mal einen Lübler erstellen können, dass du lustig Ich hätte nicht mehr da mal geteilt Was ist der für den Bord? Der ist mit Zucker auf die Makere oder ist der Gäste, ich kann auch nicht auf der Straße, und ich sehe das zu tun, ich habe mich verstanden. Das ist doch echt geschossen, Alter! Jetzt haben wir uns auch gehalten, ihr Tinas aus Großburgers, ey! Nein, 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 die vollst du, Alter! Ja, total kein Fach verhalten, die Arschklar! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020